Wir machen weiter mit Deutschland vom hungrigen Hugo, Leute. Keine Ahnung, was uns erwartet... Abzocke, Digger. Achtung, Achtung. Ach, das sind Memes, ne? Oder? Maybe next time, du Ruhrensohn. Oh, baby. What the fuck, Digger? Das Ding ist, das sind alles echte Clips. Man denkt, dass es tatsächlich editiert. Das ist alles echt. Ich stelle mir vor, wie Jensen seiner Jugend zur Bundeswehr gehen musste, Alter. Ich musste nicht. 9 Kilo Übergewicht. Body Mass Index hat nicht gepasst. Top. Wurde ausgemustert. Hier wird ein Paddelboot noch genannt. Ko-Jack, Kajak oder Anorak. Josefine, wie nennt man Paddelboot? Josefine war wieder komplett lost. Soll ich zu dir fliegen? Ja. Du kannst ja an ein Load-Auto dir Geistkass holen. Ich hab das Haus nicht gesehen. Kann man richtig schön einfach den Knopf zumachen und dann sich morgens wie auch so mit Rundi oder so einfach das Gesicht waschen. Das ist ultimativ krass. Hä? Bist du dumm? Das ist einfach... Das ist einfach ein Abfluss. Das ist doch normal, Digga. So was ist... Einfach ein Stöpsel. What the fuck? Ja, ist so. Ist so. Waschbecken, Stöpsel rein, hast du einen Brunnen. Ja. Damals natürlich dann im komischen Meeting einen Top gegeben. Das ist sie heute. Oh nein, Bro. Watch out what you're missing. Das ist wirklich... Also alle meine Kollegen sind einfach nur dumm. Alle meine Kollegen sind einfach nur dumm. Leute, wir machen morgen mal einen Flaggenquist und dann werde ich rasieren. Ich sag's euch, wir werden rasieren. Deutschland. Deutschland, Digga. Deutschland. Was ist das? Ist das... Ist das eine belgische Kolonie? Was ist das? Warte, 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 warte. Nee, Digga. Ich weiß es auch nicht. England. Eike. Holland. So, es gibt ein Hauptschema. Achtung. Ein Walkout. Ein Walkout. Alter, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay, was ist es? Brasilien. Oh, Baby. Stark. Es ist Zeit für den Comebacker. Comebacker, wo bist du? Wir brauchen eine Hilfe. Der Comebacker, ist das der Typ, der Wichse backt? Ich bin hier. Ich bin hier. Es ist 11. Und mein Wifes, don't kill me. Nope. Oh, mein Gott. Amaz, 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 amaz. Oh, mein Gott. Jetzt muss ich, äh, mal starten. Jetzt müsste ich ihn hören. Jetzt höre ich ihn. Perfekt. Hörst du mich? Hört er mich? Hallo? Ich habe so Angst vor der. Ah, ah, ich habe mich so vertrotten. Wie kommt die da hoch? Ah, 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 ah. Ah. Ah, 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 ah. Judy Wang talked to the guest saying there. I, I heard the shooting. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cool story, bro. Kennst du Schaumwerk? Die Serie? Mh, kenn ich aber überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Let's go, Digga. Let's go. Wir bringen die Jungs jetzt ganz groß raus. Für alle die Person, die ich jetzt gerade gerade gesprochen hat, weil er über 50 ist, das war Stefan Raab. Wo wollen sie denn hin? Das ist aber Autobahn. Du musst runter wieder, sonst gibt's Ärger. Du keterst über den Zaun am besten. Tschüss. Ich musste schon einen Schwangerschaftstest kaufen für meine, weiß ich nicht, 13-jährige Freundin. Kevin? 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 Oh nein. Nicht bestanden. Könnt's so austicken, Alter. Da läuft doch alles scheiße bei dem gerade, oder? Das bin einfach ich. Digga, das ist unser Tor. Was ist dein Name? Der Architekt 1901. Dankeschön, Bro. Danke für deine 5 Subs. Kuss. Dankeschön, Kuss. F*** dich, Ezekiel. Was ist dein Name? Tony. Wack. Digga, ich dachte für den Moment, ich bin diese Frau da, weil sie auch so ein T-Shirt an hat. Kevin? Also, Digga, das ist... Junge. Dazu, Junge, ich seh überfett aus. Oh, Junge. Hufpasse, nee! Hufpasse! Hufpasse. Nein! Ich hab sechs Jahre Kampfsport gemacht. Ich weiß durchaus, wie man trainiert. Okay. Okay. Mann, Alter, jetzt hab ich mir voll die Ferse angehaut, als ich aufgezogen hab am Tisch. Stark. Boah, ich moin meiner Team schon. Och, Mann, ey, Kylo! Okay. Das ist ein Pferd. Das kleine Pferd ist unser Freund. Unser Freund. Das ist ein Affe. Der kleine Affe ist mein Freund. Ist mein Freund. Was ist denn, Digga, also bei Kevin geht's ja auch nur noch bergab, mental, oder? Eine Katze. Das Ding ist halt, meine Katzen laufen ungefähr so hier, Mann. Du weißt es, so. Jakob, danke für den Zehner. Bam! So. Und jetzt müssen wir die antäuschen, Sandy. Was haben wir jetzt für eine Ausrede? Schreib einfach Pöppel. Pöppel? Ja. Pöppel. Wir... Der Pöppel! Oh, wie... Oh! Maschallah! Der Profil, Digga! Pöpel! Wie geil, Digga! WTF? Fuck, wie nice. Stark, Stark, Stark. Er hat die Postleitzahl von seinem Ort hier tätowiert gehabt. Alter, solche Leute dann direkt weggehen. Zwei, vier, null, äh, wo wohne ich? Zwei, eins, sechs, vier. Zwei, eins, sechs, eins, vier. Scheiße. Hey. Hi, wer ist da? Ich bin's, Maxi. Moin. You're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos, in, uh, Jeff who? Sie war die krasseste Bitch zu meiner Zeit. Oh nein. Digger. 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 Ja, also wirklich, man merkt ja, Lockdown tut uns allen nicht gut, wa? Wirklich, da ist, das ist, das ist auch für den Jungen hier nicht einfach. Stark. Stark, 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 Stark. Ne, wirklich. Ne, wirklich stark, hungriger Hugo, wirklich. Da haben wir wieder, da haben wir wieder gelacht. Stark doch, Mann, Digger, jetzt habt ihr schon wieder meinen Hintergrund gesehen. What the fuck? Scheiß drauf. Ja. Dieses Mal.